Allein, heute geht der Abend voll. Es gibt Teuge, es gibt's Gott voll. Hallo, Herr Nett, komm, mach die Gläser noch mal voll. Jetzt wird's so langsam sein, dass ihr auch mal viel neul. Wir machen heute fest. Und schauen wir uns um, da mangelt's ja recht. Hallo, Herr Nett, der Gäste. Wir grüßen euch alle mit einem Hallo. Wir glauben, ihr seid heut nur wegen Freiretor. Heute seid mal länger wach, heute wird das Saal flach wach. Ihr lasst heut die Sau aus ihrem Stall heraus. Heute wird der Abend voll. Es gibt kein Gesichtskontroll. Hallo, Herr Nett, komm, mach die Gläser noch mal voll. So, alles. Schaut auf mich. Geht in diese Ausgangsstellung. Und macht das nach, was ich euch vormache. Ich treine und ist los. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt wird in die Hände geklatscht. Und zweimal hier am Ohr gekratzt. Dann wird mit dem Kopf gedicht. Oh, mach doch keiner mit. Noch einmal. Jetzt wird in die Hände geklatscht. Und zweimal hier am Ohr gekratzt. Dann wird mit dem Kopf gedicht. Oh, mach doch keiner mit. Aufgepasst. Es geht weiter mit dem rechten Bein. Ich zähl wieder ein. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt wird mit dem Fuß gestammt. So lang ist euch der Kittel dann. Zwischen euch mal einen Wechselschritt. Er macht uns alle fit. Noch einmal. Jetzt wird mit dem Fuß gestammt. So lang ist euch der Kittel dann. Zwischen euch mal einen Wechselschritt. Er macht uns alle fit. Heute bleibt mal länger wach. Heute wird das Saal flatt ab. Wir lassen heute die Sau aus ihrem Stall heraus. Heute wird der Ohr weg toll. Es gibt kein Gesichtskontroll. Hallo, hör mit. Komm, mach die Gläser noch mal voll. Hello! Hello!